Den Business Oh, hier haben wir noch ein bisschen Hotdog in der Kasse Oh, nehmen wir das mit, nehmen wir das mit Den, den, na komm Na komm Okay, okay Kannst du das öffnen? Das dürfte schnell gehen Ja, mach mal Danke Ah, liegt im, also das ist ja auch eine tolle Bank 50% Wie? 50% von allem was die Leute verdienen Geht als Steuer an Comstock Ich glaube ich sollte auch Profil werden Ja Ähm Was wollte ich sagen? Ähm Hm Jetzt ist es weg Gucken wir mal, ob wir jetzt den Lockpack hier mitnehmen können Ja Ja, jetzt geht's Den, 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 den Waffen 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 Poffen Die Fußspuren scheinen zum Träsur zu führen Hm, da gehen wir gleich hin Aber schön, dass ihr beide so aufpassen Wo ich hingehe Wo geht das hier hin? Teelichter Mhm Okay Da ist keine Tür Das wäre die Lady Lady, Lady, kommst du Oh je, oh je, oh je Banküberfall 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 Okay, hier geht's nicht weiter Ja Ja, so weit Ich geh mal kurz hier rum Oh je, oh je Okay Geld, 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 Geld Also mal sehen Tippe Drei Buchstaben Für Stimme Drei Buchstaben V O X Los, die Schreibmaschine Okay 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 Da, ein Lockpick Nicht schlecht Na, kann ich nicht nehmen Oh, Money, Money Ja, mal warte Eben das Schild Ausrüsten Ich fühl mich schon besser Dankeschön Wollen wir den hier noch Ich weiß, der Prophet ist ein Lügner Aber Das kann nicht sein Ich weiß, der Prophet ist ein Mörder Aber das kann nicht sein Denn wenn die Zukunft nur in der Vorstellung Gottes existiert Wie kann er sie solch einem Monster offenbaren? Tja Das ist eine sehr gute Frage Hm Hm Oh je Okay Durchbohrt von einer Lampe Oh Nicht schön Tut bestimmt weh Ja, oh Ah Glückliche Familie Ja, nie Ist klar Hosen-Skyline-Nachlader Wenn du an oder von einer Skyline springst, wird deine Waffe nachgeladen Öh, okay Nehm ich mal mit Hm Hey da Hey da Ein Lockpick Hey da Ein Lockpick Hey da Kann ich aber nicht mitnehmen Ich hatte nämlich schon 30 Stück Das können wir alles nicht mitnehmen Was war das? Oh Vielleicht war es auch Dann gehen wir noch in den Tresor Okay, da waren wir drinnen Hier haben wir auch alles durchsucht Hier haben wir auch alles durchsucht An solchen Orten frage ich mich wie das mal aussah, wenn das hier alles belebt war Also bevor wir alles getötet haben Okay Oh oh Komm raus, komm raus Wir sind zum Spielen da Safe Komm raus, komm raus Wo bist du? Hm Was? Worum? Holt ihn da raus! Immer weiter kämpfen! Auf Ruhe Ich hab euch nichts getan Also lasst mich in Ruhe Also lasst mich in Ruhe Erstmal alles nachladen Noch mehr Lockpicks Gruselig, gruselig, oh gruselig Was denn? Was denn? Was ist denn los mit dir? Oh Ja Du bist ja ein toller Scharfschütze Du warst vielleicht scharf, aber ein Schütze warst du ja nicht Hehehehe Hehehehe Ich? Ich bin ein super Scharfschützer Habts doch gesehen Und überhaupt mich eingebildet Nein! Aber wenn man der Beste ist, ne? Was willst du machen? Hm Für alle die das ernst nehmen Das war ein Scherz Ich weiß, dass ich schlecht bin Uh Fettchen! Die ist neugierig Das ist unglaublich So, jetzt müsste er eigentlich noch irgendwo Genau, der Vogelmann sein Das ist Unsinn Das ist Unsinn Da drüben ist ein Lockpick Spektraler Handlanger Das Fallenlassen einer Waffe erzeugt ein paar Sekunden lang einen geisterhaften Verbündeten Aha Okay Wo ist ein Lockpick? Ah, können wir eh nicht aufnehmen Jetzt haben wir zu viele Wart man ab 20 Minuten haben wir aber schon wieder zu wenig Ähm, okay Bank des Propheten Ist das Musik? Ich weiß nicht Was soll das bedeuten? Das sieht alles irgendwie nach Falle aus Ich weiß auch nicht Nach ner komischen Falle Aber nach ner Falle Okay Da gehts gar nicht weiter Gehts von anderen Seite da irgendwie hoch? Nö Wann haben wir denn auf der anderen Seite doch ne? Ja, da kommt mir gleich nach Hm Wo ist denn der Vogelmann? Oh Guck mal Hält's Bett Da unten ist wieder was für dich Hm Hilfst du mal? Ach, das wird nicht lange dauern Nö, ich weiß, aber Geschafft Dankeschön Ding, ding, ding Ah Hier ist der Eingang Der Ausgang Da Einige Ausgang Eingang Hier gibt's auch nix Ach, dann holen wir uns noch eben den Lockpick da Da kommen wir gar nicht wieder hoch, wa? Oh doch Okidoki Was hat gesagt, dass hier irgendwo ein Lockpick war? Ah So Wann haben wir denn hier? Halt doch die Kloppe Nein So Kommt da jetzt was raus? Rein? Dann öffne mal den Riss Und wenn ich diese... Sabotage begehe An ihre Patente Alle, Mr. Fink Aber warum will der Prophet Dass die zwei Aus dem gleichen Grund Wieso Lady Comstock starb? Das Kind Und warum soll ausgerechnet Ich es Nur sie Können es wie einen Unfall aussehen lassen Oh Ok Ich glaube das ist nicht die wahre Lady Comstock Ich glaube sie Ist ein Gemisch aus ihrem Wesen und Und meinen Gefühlen ihr gegenüber Was meinst du? Ich bin so wütend Auf sie und und meinen Vater Ich denke sie ist sie aber zum Teil auch ich Hör doch mal auf zu zittern Kapier das selbst gar nicht so richtig Hm Ok Der Erzengel sagt mir Columbia überlebt nur so lange wie jemand von meinem Blut auf dem Thron sitzt Aber Lady Comstock wird nicht schwanger Ich habe getan was ein Mann tun kann Aber es kommt kein Kind Ich habe Lutesse der Sache befragt Aber selbst sie verweigert mir ihre Hilfe Awww Tja Was? Was? Wer? Wo? Wieso? Weshalb denn? Ne Oh je Auch nicht schon wieder Hm Oh je Wop Oh nein Nein Das Wiederbelebte da alles was da rum steht Aua Hab ich gesagt Nein hier drinnen zu hängen Wird uns auch nicht weiterhelfen Los Hör auf damit Oh 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 Hei die Witzki Was zu essen. Tafel Schokolade. Was? Ich will erstmal hinsetzen. Ein paar Schnappspausen. Das ist auch eine gute Idee. Knopf drücken. Oh. Ein Knopf da. Äh, ja. Push. Push, hier bei den... Hm. ...das goldene Kalb über die Stadt auf. Was wohl ein paar Flügel kostet. So. Und an dieser Stelle... ...verabschiede ich mich erstmal für diese Aufnahme. Und sage... ...wir sehen uns wieder, wenn es heißt... ...Bioshock Infinite mit Drehwerk. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen da. Ansonsten schreibt es in die Kommentare. Äh. Könnt ihr mal jemanden... ...übernehmen, der auch trifft. Also das kann man sich ja nicht mehr angucken. Die schießt ja mal daneben. Und... ...deswegen sage ich... ...bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt... ...der kleine Drehwerk möchte aus dem... ...Kinderparadies abgeholt werden. Bis denne. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.